Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder eine weitere Snapshot-Vorstellung von der nächsten Minecraft 1.17 Version. Das Caves & Cliffs Update sorgt dafür, dass wir jetzt heute ein bisschen mehr Cave-Inhalt wieder bekommen. Es ist ein neuer Snapshot draußen. Oben links in der Ecke könnt ihr sehen 20W48A und wir haben wieder eine neue Sache aus dem Höhlen-Update. Zunächst mal, das Teleskop sieht irgendwie ein bisschen anders aus, aber besser als vorher, kriegt ein anderes Model auch in der Hand, sieht ein bisschen anders aus wie so ein Stab. Dazu kommen wir aber gleich. Es sind ein paar interessante Dinge jetzt dazu gekommen. Unter anderem kann man jetzt Lava unendlich vervielfältigen. Man konnte das ja bisher mit Wasser machen, aber es gibt wirklich eine Methode, um Lava zu erneuern. Das ist mal mega, mega geil. Das ist absolut revolutionär schon wieder in Minecraft. Was zur Hölle. Was es damit auf sich hat und welche neuen Höhlenblöcke es gibt und was man damit alles machen kann, seht ihr jetzt in diesem Video. Deswegen bleibt dran. Würde mich freuen, wenn ihr auch nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, damit alle weiteren Update-Videos, und wenn es etwas Neues gibt, erfahrt ihr das auf meinem Kanal, wenn die bei euch in der Abo-Box landen. Deswegen würde mich freuen, wenn ihr das Abo da lasst und dann verpasst ihr wirklich nichts. Hilft extremst. Vielen Dank. Und auch wenn ihr ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus da lasst, das wäre super, super lieb. Dann wird das Video mal so wahnsinnig gut vorgeschlagen. Leute, vielen Dank. Es hilft immens gut. Dann legen wir auch schon los mit der Folge und ich zeige mal, was hier abging. So, dann legen wir los. Ich bin noch in derselben Map vom letzten Mal, wo ich hier ein paar Sachen schon gezeigt habe. Ihr seht, man kann verschiedene Kesseln, verschiedene Sachen füllen. Falls ihr die letzten Snapshots verpasst habt und den Kupfer nicht gesehen habt, ein paar andere Dinge nicht, dann schaut da mal in die Playlist rein. Habe ich bereits schon hochgeladen, alles dazu erklärt. Auch was mit Pulverschnee auf sich hat. Aber auch hier ist es noch nicht so, dass die World Generation sich geändert hat. Wir haben aber schon neue Blöcke davon. Es gibt zwar schon Amethyst-Geoden unterirdisch, ja, aber die sind momentan die einzigen Elemente, die hier generieren. Übrigens, das sind Schalker, die haben sich nach unten in die Höhle verzogen. Alles klar, ich habe die schon gesucht. Folgendes, es gibt jetzt Tropfstein, also Dripstone. Und dieser Dripstone, ja, der generiert halt noch nichts, sondern den müssen wir uns hier holen. Ich kann da wieder ein paar Sachen hier raustun von den Dingen von vorher. So, das wird höchstwahrscheinlich in einem Dripstone-Cave-Biom generieren, welches es noch nicht gibt, aber wir können uns die Blöcke und die Funktionen schon mal davon anschauen. Der Dripstone-Block selbst ist ein dekorativer Block. Der kann nicht wirklich, übrigens, vielleicht kann ich ja mal die ganzen Sounds mal ein bisschen mehr hochstellen. Machen wir gerade mal einen, das war Peaceful, war doch die ganze Zeit. Schalker, das war eigentlich bei Peaceful. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, nicht, dass er seine Geräusche macht. So, das sind Dekorationsblöcke. Kann man aufeinander packen, hat eine Textur, die ineinander übergeht. Also keine klaren Grenzen dazwischen. Und wir haben Pointed Dripstone. Zunächst mal, das können wir überall noch hinsetzen. Muss nicht auf Dripstone selbst sein, kann man natürlich aber machen. Und jetzt passt mal auf, wenn ich hier die draufsetze, die erstmal so ganz, ganz klein, so ganz, ganz kleine Spikes, aber wenn ich hier welche draufsetze, oben drauf nochmal, zack, dann wird das größer und größer und größer und jetzt einfach nur noch länger. Also es gibt ein paar Stadien, ne, geht das hier so durch. Und das sind praktisch einmal die Spikes. Oh jees. Wenn wir diese Spikes, also die gibt es halt wahrscheinlich mit Tropfsteinen wie oben, die können wir nicht nur von unten nach oben wachsen lassen, sondern auch von, naja, oben nach unten. Kann ich jetzt einfach mal hier drüben machen. Natürlich auch in dieselben Größe, wie es von unten nach oben geht, jetzt von oben auch wieder nach unten. Und ich denke mal, man kann die auch bestimmt, wenn ich jetzt hier mit verknüpfe, oder? Ne, ne, klappt nicht. Die schwebt tatsächlich noch da. Schön. Aber, meine Freunde, da kann man noch ein bisschen mehr mitmachen. Und zwar, ich hatte gesehen, wenn wir jetzt so machen, dass wir einen Teil davon von unten hochwachsen lassen und einen anderen Teil von oben runterwachsen lassen, dann berühren die sich auf eine sehr coole Art und Weise, wie man sehen kann. Schaut euch das mal an. Die verschmelzen dann ineinander und es sieht schon recht realistisch aus, würde ich sagen, wenn die zufällig genau im selben Moment hier wachsen, ne? Aber von oben, aber von unten. Das ist recht cool gemacht. Aber diese Drips und Dinge haben extremst coole Features. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal ganz kurz hier hin und hier seht ihr, tropfen gelegentlich Tropfen runter. Man sieht gelegentlich Partikel. Kommen Sie wieder auf die Menge an. Ich habe jetzt natürlich hier nur eine von denen parat. Dauert auch ein ganzes Weilchen, bis da mal was runterkommt. Aber da tropft Wasser runter, gegebenenfalls. Also kann ich gleich nochmal zeigen. Und auch Lava. Das heißt, passt auf, wir müssen jetzt über die Stalaktite einmal eine Wasserquelle packen. Wollen wir das gleich mal wegmachen hier. Und dann kann es dort runter tropfen. Genauso mit Lava. Das heißt, ich packe hier Wasser rein. Und wenn sich über dieser Stalaktite Wasser befindet, über den Block, dann sollte das hier runter tropfen. Dort seht ihr jetzt schon Wasser. Tropf. Und früher oder später wird sich nach einer Weile dieser Kessel füllen. Ich habe jetzt noch keine allzu arge Info, wie lange das dauern könnte. Ich würde es einfach mal so stehen lassen. Und ich würde hier drüben mal eine machen. Oder an einem anderen Ort am besten eine machen. Das können wir hier drüben entpacken. Dort packen wir jetzt mal kein Wasser drunter. Drüber, sondern packen wir mal Lava drüber. Und dann gucken wir mal, ob sich hier was tut. Die Game Rule Random Tick Speed sollte das eigentlich nicht wirklich erhöhen. So, machen wir gerade mal weg. Dann mache ich hier oben gerade mal Lava-Quelle drüber. Also es steht so im Change Lock mit drin, wie es aussieht. Da seht ihr schon, kommen Lava-Partikel runter. Ich glaube, es funktioniert noch nicht. Ich habe jetzt zumindest nicht gemerkt, dass hier der Stand irgendwie ein bisschen hoch geht. Ihr seht aber hier unten bereits schon die roten Partikel. Und jetzt seht ihr drüben die blauen Partikel für Wasser und für Lava. Ich kann es mal ein bisschen so stehen lassen und gucken, was passiert. Aber ich glaube, die Funktion ist noch nicht mehr drin. Oder es dauert halt eine sehr, sehr lange Zeit als Alternative, bis da was passiert. Kann ich gerade nicht einschätzen. Aber das wird wohl die Möglichkeit sein, um erneuerbar in Minecraft an Lava-Quellblöcke ranzukommen, was an sich ganz geil ist. Dann gibt es noch eine interessante Sache. Ich kenne damit verschiedene Sachen. Mal benutzen. Hier machen wir auch mal einen Bogen. Wenn ich mit einem Bogenschieß gegen so diese Teile hier, dann bleiben die Pfeile darin stecken. Passiert aber nicht allzu viel. Wenn ich einen Dreizack allerdings nur dranwerfe, Achtung, dann kann ich da durchheckseln. Also mit einem Dreizack können wir diese Tropfsteine, diese Stalagmiten, Stalaktiten, kaputt machen. Aber nur mit einem Dreizack. Nicht mit anderen Sachen. Das war schon irgendwie ganz cool eigentlich und dachte, ich sollte man mit erwähnen. Dann kommen wir mal zur nächsten Sache. Ich glaube, die Zombies sind wahnsinnig laut. Stalaktiten können natürlich auch herunterfallen, wenn der darüber liegende Block fehlt. Und ich mache jetzt einfach mal super große Spikes. Dabei macht es einen Unterschied, wie tief einem so ein Teil fällt, wie viel Schaden es dann hat. Am Ende macht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Größe auch eine Rolle spielt. Aber wir können ja mal hier unten bei Zombies ein bisschen testen. Bam. Oh ne, ja, sie brennen natürlich auch. Aber sie machen Schaden. Und ja, weil sie jetzt auch noch brennen, werden die auch noch mal kaputt gehen. Das hat jetzt nicht für eine One-Hit gereicht. Aber ich würde jetzt einfach mal hingehen und das Ganze noch mal etwas weiter oben machen. Weil hier sollte die Fallhöhe schon ein kleines bisschen anders sein. Die wurden gerade nicht gewone-hitet. Aber eventuell werden sie das jetzt, wenn ich das von hier oben mache, so, dann ziehen wir einfach mal ein paar von den Dingern dran und hauen hier noch mal Zombies rein. Und wenn jetzt hier oben was runterfällt, dann sieht das, glaube ich, schon ein bisschen kritischer aus. Let's go. Und alle tot. Sie haben ganz kurz gebrannt. Sollte aber nicht allzu viel Schaden, denke ich mal, gemacht haben. Vielleicht ein halbes Herz, bis Herz oder irgendwie sowas. Und die Stalaktiten, die runtergefallen sind, haben die Mobs praktisch gewone-hitted. Das würde auch für den Spieler passieren. Diese Stalaktiten können auf jeden Fall 20 Herz an Schaden machen. Ob man das mit einem Helm verhindern kann? Vielleicht. Müssen wir vielleicht auch nochmal ausprobieren. Da kann man bestimmt noch ganz, ganz viele Experimente machen. Aber ja, nur so als Hinweis. Und dann haben wir noch die andere Option natürlich, dass wir solche Spikes machen. Und da ebenfalls mal was draufschicken. Ich würde jetzt einfach mal anstatt Zombies vielleicht Creeper nehmen, weil die brennen eigentlich nicht beim Tag. Und dann würde ich einfach mal nach hier drüben gehen. Hier mal einen Creeper spawnen. Der fällt runter und stirbt instant auf der Spike. Der stirbt einfach instant. Bam, bam, bam. Und die Spike geht aber auch nicht kaputt. Und ja, das ist das Coole. Hier können Mobs die ganze Zeit runterprasseln. Bam, bam, bam. Und weg. Die Sache ist die, man braucht hier jetzt natürlich, also man kann das ja sowieso schon machen, durch Fallschaden. Man braucht es wahrscheinlich jetzt aber nicht, die 21, 22 Blöcke, die man normal braucht. Oder, oh, ich habe sie jetzt daneben fallen lassen. Und dann machen wir das hier nochmal. Ja, das geht bereits schon viel tiefer. One Hit. Oh, den hat er überlebt. Okay, ab hier ist One Hit. Den da runter überlebt er aber. Okay. Ja. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Blöcke. Mobs müssen sieben Blöcke tief fallen, um geboren Hit zu werden. Zumindest Creeper, die halt ganz normale Lebensanzahl haben. Übrigens, sie senken sie auch hier drauf, weil sie sich nicht trauen, zur Seite zu fliegen, äh, zu fahren. Nächste Geschichte noch, das Gunpowder, oder generell die Item Drops, die bleiben auf diesen Stalaktiten allerdings liegen. Die fallen nicht nach unten durch. Und ich fände es irgendwie, also es ist ein bisschen weird, dass Items drauf liegen bleiben, weil es macht keinen Sinn. Die schweben jetzt einfach hier so in der Luft zwischen den beiden Dingern. Vielleicht könnte man das so machen, dass die Stalaktiten für Item Drops durchlässig sind. Das heißt, man könnte hier unten drunter dann Hopper oder sowas setzen und da fällt dann die Stalaktite drauf. Und wir könnten auch nochmal probieren, ob wir auf Hopper überhaupt die Stalaktiten draufsetzen können. Man konnte hier auch viele verschiedene Blöcke setzen. Ich hätte es jetzt mal gedacht. Okay, ne, geht nicht. Auf Hopper geht es tatsächlich nicht, aber da muss man die Drops halt anders einsammeln. Ja, gut. Monster Hunter, sehr gut. Machen wir den mal weg. Schön. Äußerst interessante Möglichkeiten haben wir hier wieder. Dann warten wir mal gespannt drauf, bis die Sachen wirklich dann auch in der Welt generieren und ein bisschen mehr, ja, natürlicher wirken oder bis wir das Biom an sich kennen. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Es gibt eine neue Game Rule. Und zwar Game Rule Freeze Damage, False oder True. Das heißt, ob man im Puderschnee erfriert oder nicht. Und das vom letzten Mal war auch ein Was zeigt man dir, Creeper? Das vom letzten Mal war auch ein Bug, dass man im Creative Mode keinen Freeze-Effekt bekommt. Den sollte man nämlich auch eigentlich hier kriegen. Mal gucken, ob er noch kommt oder nicht. Stand mal den Bugs mit drin. Nicht sicher, ob ich den angezeigt kriege, aber naja. Dann gibt es noch eine Sache. In den letzten Folgen soll es auch so sein, dass Leder eine Rüstung eigentlich dafür sorgt, dass man den Freezing-Effekt verliert. Gleich mal ganz kurz hier. Leather Tunic. Jetzt ziehen wir die Dierrüstung aus. Oh, ich habe die Leder-Schuhe an. Natürlich kommt der Freeze-Effekt nicht. So, jetzt aber. Jetzt bin ich auch am Einsinken. Ja, also Creative Mode. Und da kommt der, ich habe noch Leder-Schuhe an. Ja, man kriegt auch im Creative Mode den Freeze-Effekt. War einfach nur ein Fehler. Und sobald man einen Leder-Rüstungsteil anzieht, zum Beispiel warme Schuhe, auf einmal geht der Freeze-Effekt zurück. Das ist auch nicht schlecht. Sobald man ein Leder-Rüstungsteil anhat, verschwindet der Freeze-Effekt. Jetzt geht es wieder vorwärts langsam. Hier, das kannst du für ein Cinematic nutzen oder so, wenn du mal ranzoomen musst, ganz langsam für eine Kamerafahrt. Oder wir ziehen es wieder an und dann geht es wieder zurück. Das ist ein bisschen witzig. Okay, ja, nur so nebenbei. Mit einer Rüstung geht das jetzt instant und das ist ganz cool gemacht. Dann gab es noch ein Problem oder eine Inkonsistenz beim Umcraften. Wenn du diese Slabs machst, du hast irgendwie immer noch vier Stück rausgeriegt am Crafting-Rezept. Es müssten aber sechs sein, wie bei allen anderen Crafting-Rezepten auch. Und gut, auch abgehakt. Dann haben wir noch was. Bei den Kerzen gibt es noch eine Sache und zwar, die können nicht mehr auf Blöcken platziert werden, die nicht voll sind. Es müssen also volle Blöcke sein. Gucken, ob es noch ein Kuchen geht, wäre mal ganz gut zu wissen. Ja, müsste ich vielleicht mal austesten, ob immer noch auf dem Ich glaube aber schon, dass der Kuchen als Ausnahme noch geht. Das ist ja kein kompletter Block. Aber wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Enchartment-Table oder sowas nehme und da was draufpacken will, dann geht es nicht oder keine Kerze. Die schwebt da nicht drauf. Das ging vorher, jetzt nicht mehr. Man kann allerdings dennoch die Kerzen zum Schweben bringen, wenn man den Block da unten drunter abbaut. Das geht weiterhin nach wie vor. Dann kommen wir nochmal zu den Bundles und wenn wir die Fullness oder wenn wir F3 und H drücken und immer die Haltbarkeit von allen Sachen uns anzeigen lassen, ja, habe ich standardmäßig eigentlich drin, dann steht da jetzt eine Fullness drunter, wie voll so ein Ding ist. 64 von 64 ist es halt gerade in dem Fall, weil ein Kuchen halt ein nicht stackbares Item ist und deswegen, ja, voll ist. Und es gibt noch eine schöne Sache. Man kann jetzt, wenn man diese volles Bundle in der Hand hält, Rechtsklick drücken, dann wirft man das, was drin ist, raus. Vorher musste man das so immer noch rausnehmen. Jetzt kann man aber das Bundle einfach nehmen und direkt rausfeuern und man könnte jetzt beispielsweise auch hingehen, ups, wenn ich hier einfach mal die Items dann hier reinlege, so kann ich, einfach mal von allem hier, Kristalle und so, die packen wir alle mal rein. Ich kann jetzt auch hier einfach klicken, auch wenn mehrere drin sind und die werden alle rausgedumpt und das kann gegebenenfalls praktisch sein, wenn man zu volles Invertar hat oder sowas, um überhaupt einzusammeln und das ist einfach gut für Inventory Managing. Hier haben wir nochmal Kerzen drin, denn hier haben wir noch ganz viel Stuff drin. Einfach so eine Riesenportion mit rausgeworfen. Wisst ihr, wofür ich das geil finde eigentlich? Wenn man da vor einer kurzen Zeit, ah ne Quatsch, macht keinen Sinn, weil es eben immer nur ein Stack. Okay, ja, soviel zum Thema Bundle. Ist ganz geil, was irgendwie auch noch cool wäre, wenn man automatisch damit Items einschlürpen kann. Also wenn ich jetzt den in der Hand habe und Shift-Rechts-Klick mache oder so, also oder Recht-Klick zum Einsammeln, Shift-Rechts-Klick zum Rauswerfen, dann könnte ich jetzt hingehen und auf dem Boden liegende Items wie ein Staubsauger flupflupflupflupflup aufsammeln. Das wäre noch cool, aber mal schauen, ob das noch kommt. Ah, genau, und da gibt es noch eine Funktion. Übrigens, wenn ich das Bundle jetzt hier nehme und im Metama rechts klicke, dann wirft es noch praktisch das Item raus, was an oberster Stelle drin ist. Also wenn ich jetzt hier die Amethyst-Dinger, zwei Kerzen drin habe, mache jetzt hier Rechtsklick mit dem Ding, fliegen die Amethyst-Dinger wieder raus. und dann hier oben die Kerzen und dann hier die da. Gut, ist recht praktisch eigentlich, finde ich, weil so kann man auch einzelne Sachen jetzt rückwärts mäßig wieder rausschleißen, also das, was zuerst drin ist, wird zuletzt wieder rausgeholt. Also, last in, first out, so nach dem Motto. Ja, LIFO im Prinzip. Läuft. Cool. Ja, und das mit dem Spy-Class hat man schon am Anfang gesehen. Neues Model, liegt ein bisschen besser in der Hand, keine flache Textur und es geht auch vor das Auge direkt. Cool. Schöne Änderung. Dann, auch nochmal eine Sache, eine kleine, eine kleine Texturänderung. Wenn ich mal hier zu den Budding Crystals gehe, also ich weiß nicht, was mit diesen Geoden ist, die ändern irgendwie ständig die Textur in jedem Snapshot und jetzt ist so ein kleiner Mittelweg geworden und da, wo die Kristalle so rauswachsen, diese Budding Crystals, die kommen jetzt aus einem Ding, wo so ein X hier drauf ist. Sollte so ein Mittelweg sein zwischen der letzten und der vorletzten Textur. Wobei, ich weiß auch nicht die Kristalltextur von diesen Blöcken, von den Amethystblöcken. Ich fand die am Anfang irgendwie am besten, glaube ich. Am Anfang war das am besten am natürlichsten. Jetzt sieht das ein bisschen schwieriger aus. Sie ist ein bisschen zu fein, finde ich. Aber mich fragt ja eh keiner. Ne, nur so eh, keine Ahnung, die Textur von den Dingern ist ein bisschen weird. Ich hätte gedacht, dass die erste anfängliche Textur irgendwie mit am besten, glaube ich, gewesen wäre oder so. Keine Ahnung. Du legst einfach nur am Anker-Effekt, weil ich das zum ersten gesehen habe. Deswegen kann ich hiermit jetzt nicht so viel anfangen. Aber kleine Texturänderungen sind bei ein paar Sachen drin. Eventuell habe ich es auch schon gesehen beim Kompass im Creative Mode. Wenn ich hier mal auf den Kompass gehe, der sieht ein bisschen anders aus. Seht ihr? Da wurde so metallisch und hat eine kleine Überarbeitung bekommen. Ich hoffe, mir ist das aufgefallen. Übrigens noch eine Sache, die ebenfalls neu bei der Textur ist, eine Clock. Die Clock, Clock und Kompass sehen jetzt beide neu aus. Besser, schlechter? Sagt mal Bescheid in den Kommentaren. Das Spike-Less ist auf jeden Fall besser. Bei den Dingern, würde ich gerne eure Meinung wissen. Haut das mal unten rein. Ich denke mal, das waren die wichtigsten Änderungen. Wenn es wieder was Neues gibt, dann fahrt ihr es auf meinem Kanal. Deswegen schaut wieder rein, wenn ich wieder was Neues hochleite zum nächsten Update oder auch generell zu Craft Attack und vielen anderen Projekten. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.